Im heutigen Video geht es um die Widgets vom zukünftigen iPadOS 15, denn auch hier hast du die Möglichkeit, wahrscheinlich wieder ein Feature abzubekommen. Hi, herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit JamitLabs. Wie gerade schon angekündigt, haben wir in diesem Video geht es um die Widgets auf iPadOS 15. Wir hatten ja schon mal ein Video in den vergangenen Wochen. Und zwar wollen wir uns in dieser kleinen Miniserie einfach mal Themen widmen, die jetzt im zukünftigen iOS beziehungsweise iPadOS 15 eben auf uns warten und wo wir auch als Entwickler oder falls du selbst im Projektmanagement von dem App-Thema bist, eben auch Vorzüge von hast. Die Widgets für iPadOS wird ein Thema sein, wo höchstwahrscheinlich Apple wieder Feature-Möglichkeiten gibt, sobald das Ganze raus ist, also wenn man da schnell dabei ist. Was meine ich damit? Und zwar Widgets gibt es jetzt schon seit einiger Zeit auf dem iPad und auf dem iPhone auch. Das wurde im letzten Jahr noch mal sehr stark geändert. Da hatte ich auf dem iPhone schon die Möglichkeit, diese Widgets auch überall im Homescreen eben zu platzieren, wie ich da lustig bin. Wir machen da vielleicht auch gleich noch mal eine Einblendung zu. Beim iPad war es so, dass hier in der Seitenleiste eigentlich immer diese Widgets quasi fest verhaftet waren. Ich konnte mir bisher eben aussuchen, ob diese Leiste mit drin eingeblendet ist oder ich sie einfach nur reinziehe. Ich hatte aber nicht die Möglichkeit, diese Widgets auch frei auf dem Homescreen zu platzieren. Das wird sich jetzt in den zukünftigen OS, also mit der Nummer 15, das dann irgendwann wahrscheinlich im September rauskommen wird, ändern. Und dafür gibt es eine neue Größe an Widgets, eine etwas größere Variante noch, weil die Varianten, die es bisher auf dem iPhone gibt, halt eben auf dem iPad vielleicht auch ein bisschen verloren wirken. Die kann ich auch weiter benutzen, aber es gibt eben nochmal eine zusätzliche Widget Möglichkeit. Und jetzt ist es generell so, dass Apple sehr, sehr gerne gerade am Anfang zum Start von einem neuen Betriebssystem, wenn die die Apps featuret im Store, die sich schon um diese neuen Themen kümmern. Deswegen kann ich dir eigentlich nur raten, wenn bei deiner App, die du selbst am entwickeln bist, ja es eben sinnig ist, Widgets mit anzubieten. Dann macht es total Sinn, sich jetzt hier in dieser Beta-Phase bis zum September darum zu kümmern, dass du direkt zum Start von einem neuen iPadOS 15 mit deinen Widgets von einem Store bist, weil dann die Wahrscheinlichkeit einfach relativ groß ist, dass du vielleicht ein Feature im Store abbekommst. Und gefeatured werden im Store ist einfach eine sehr, sehr große Reichweite, die es kostenlos quasi on top gibt. Also mach dir da einmal Gedanken zu. Wenn du generell Hilfe bei dem Thema brauchst oder vielleicht nicht hundertprozentig weißt, um was es geht oder wie man vielleicht ein Widget für deine App auch eben erstellen könnte, welchen Mehrwert man den Nutzern auch mit so einem Widget mitgeben kann, dann melde dich super gerne bei uns. Du kannst im Grunde einfach auf unsere Webseite gehen, jamitlabs.com. Wir blenden das mit Sicherheit auch gleich wieder hier unten ein. Und genau, dann kann ich dir das nur ans Herz geben. Von dem her, wenn du Lust hast auf weitere Tipps, wie gesagt, das wird so eine kleine Miniserie sein, schau gerne vorbei, abonniere am besten den Kanal und dann geht es in den nächsten Videos weiter. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.